In dem Inputmengendiagramm sind drei Isoquanten eingetragen. Jede dieser Kurven steht für eine andere Produktionsmenge. Die unterste für 10 Mengeneinheiten Output, die mittlere für 20 und die obere für 30 Einheiten. Der Faktorpreis soll für eine Input-Einheit an Arbeit halb so hoch sein wie der Preis einer Maschineneinheit. Die Iso-Kostenlinien müssen dann als Parallelen mit dem Anstieg minus 1,5 eingezeichnet werden. Für jede Betriebsgröße lässt sich nun die Minimalkostenkombination aus Arbeit und Maschinen in den Tangentialpunkten der Isoquanten mit den Iso-Kostenlinien ablesen. Die Verbindungslinie aller Minimalkostenkombinationen bildet den sogenannten optimalen Expansionspfad. Entlang dieser Linie ist sichergestellt, dass jede beliebige Produktionsmenge zu den geringstmöglichen Gesamtkosten produziert wird.